Moin Leute, was geht ab? Und zwar habe ich heute eine echt coole Sache vorbereitet und zwar ist mein neues Intro fertig. Das ist vielleicht so ein kleines Info-Video, was ich jetzt hier rausbringen werde. Allerdings dachte ich mir, ich werde dafür auch noch ein extra Video machen, da ich denjenigen am besten unterstützen möchte, der es nämlich gemacht hat. Ich finde es nämlich erstmal verdammt freundlich, dass man sowas auch vor allem kostenlos anbietet, da es ja verdammt viele Leute gibt, die dafür, wie gesagt, Geld wollen. Und somit freue ich mich auch echt, wenn es irgendwelche Leute gibt, die sich dann doch dazu bereit erklären, ein Intro zu machen. Deswegen wollte ich mich einfach nochmal an diesem Video dafür bedanken. Und jetzt blende ich euch einmal ganz hohes das Intro an, Leute. So, jetzt habt ihr das Intro gesehen. Ich persönlich bin extrem davon begeistert, wenn ich ehrlich sein soll. Ich feiere das Intro einfach extrem. Und das war eigentlich immer so ein Intro, welches ich auch schon immer haben wollte. Also immer so ein Intro, wo es am Anfang transparent ist und anschließend zum Ende hin auch nochmal transparent wird. Und genauso, das wollte ich nämlich haben. Ich finde es extrem geil, dass ich jetzt endlich mal so ein Intro habe. Und man fährt es Dankeschön dafür. Der Link zum Ersteller, das ist das Interesse in der Videobeschreibung. Unbedingt mal vorbeischauen. Er bietet auch Free-Interesse an. Also alle Interesse sind, soweit ich war, erstmal kostenlos bei dem. Deswegen unbedingt einfach mal zuschlagen, falls ihr noch kein Intro habt. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so eine schlechte Wahl, weil er echt gut Interesse macht. Okay, mal gucken, ob ich den jetzt bekomme. Okay, ich habe ihn nicht bekommen. Aber egal, Leute. So, bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Leute. Haut rein, bis dann. Ciao.